Du suchst eine Eigentumswohnung in Berlin-Neukölln? Dann begleite uns heute unser neues Projekt in der Isafstraße. Über 30 Wohnungen stehen hier zu verkaufen in einem wunderschönen, denkmal geschützten Altbau. Die Isafstraße liegt genau zwischen Hermannstraße und Kermarkstraße und ist nicht nur aufgrund der Kartbahn hinter uns eine echte Vollposition. Denn hier wohnst du mitten in der beliebten Kunst- und Kreativszene. Ich sage nur Reuterkiez, Weserstraße, Rixdorf und auch zur Grünen Hasenheide oder dem Landwehrkanal hast du es nicht weit. Wir stehen jetzt hier in einer perfekten Beispielwohnung für das Haus. Alle Wohnungen werden entweder saniert oder unsaniert verkauft. Was aber alle gemeinsam haben, sind Altbaudetails. Was zuerst auffällt in der Wohnung, sind natürlich der schimmagilen Fußboden und die tolle Raumhöhe. Wir haben hier über 3,20 Meter Deckenhöhe, dann kommen wir natürlich direkt auch schon zu dem Stuck und natürlich diese schönen Altbautüren mit Messingriffen zum Beispiel. Die Wohnung im Vorderhaus haben noch ein weiteres Highlight. Lassen Sie sich einmal kommen, der nach außen ausgeliefert ist. Willst du mehr sehen, dann schreib uns einfach für weitere Infos oder einen persönlichen Besichtigungsverhältnis. Oder besuch uns auf immokin.com für weitere Angebote im Unternehmen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.